... ... ... ... ... ... der hat mich mal übel getroffen nicht nur so ein bisschen sondern echt übel ich hab den sogar geblockt und er hat durch den blog sogar noch schaden verursacht dürften das machen oder okay erster set letzte wort der gnade wo ich da rauskomme okay also meine punkte muss ich wiederholen also ich bin da hinten gestorben irgendwo das kriege ich meine kinder meine punkte nicht mehr wieder also muss ich an dem dude hier auf jeden fall vorbei ich muss wieder bis dahinten hinlatschen nein ah man kann auch schnell laufen ja cool ja 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 Oh. Die ganzen Typen respawnen dann hier oder was? Jo, Tatsache. Hätte ich nur Arme. Keine Armee voraus. Boah, und die leben jetzt auch wieder alle. Na herzlichen Glückwunsch, ey. Oh, das ist doch nicht. Hallo, ich wollte doch gerade ausweichen. Da vorne liegt mir eine Leiche, okay. Die muss ich mir einsammeln, das ist wichtig. Kann ich dann das ja auch nochmal neu plündern? Nö, das natürlich nicht. Okay, ich habe meine Punkte wieder. Immerhin. Ja, und erstmal kriege ich mal daneben geschlagen. Oh, der hat ein Horn rausgeholt. Ich glaube, das war uncool. Ich mache mal die Biege. Oh. Oh. Juhu. 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 Alter, dieser Bogen, wie der schießt, ey. Oh Gott. Nein. Ja, ich hab ein paar Pfeile hinten dran. Oh Gott, Alter. Ich hätte vielleicht doch einen Magier nehmen sollen. Das mit dem Bogen ist irgendwie weird. Oh Gott. Keine Objekte warten voraus. Okay. Ich muss nur auf der Karte gucken. Neue Karte gefunden. Limgrave Westen. Okay. Hier. Ist auch irgendwas. Das ist noch nicht die komplette Karte, ne? Glaube ich. Oder? Die sehen mich. Genau. Geh du mal weg. Hier ist noch eine Truhe. Leib. Ja. Ja. Nein. Das war's für heute. Alter, okay, ich muss den leichten Schlag nehmen, die sind zu schnell, die Kriegen. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich ohne Schaden da rausgehen. Kacke. Der haut aber auch immer in eine Richtung, da guck ich gar nicht hin. So, ist das eine Schatzfuhr? Nee. Ich kann hier nichts aufmachen. Ah, da ist der Trompetentyp hier. Den machen wir jetzt mal weg. Trompeten-Johnny ist dead. Wie viele von diesen Runen muss ich denn sammeln, damit ich ein Level abbekomme? Oder kriege ich überhaupt darüber ein Level ab? Das ist für die Frage, ne? Was ist denn der nächste? Oh, nein. 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 Okay. Flaschen mit Pupo drehen. Aber was ist die eigentlich? Ich stelle die LP wieder her, aber derzeit leer. Achso, meine sind alle leer. Ja. Was ist das? Er zeigt ein Rufzeichen für Kurven. Aktivitätszeichen und hervorrufen. Sendet einen anderen oder euch selbst nach Hause. Zum Schreiben von Nachrichten an anderen Welten. Den einen Dude da lasse ich jetzt erstmal am Leben. Besser gesagt, er lässt mich wahrscheinlich am Leben. An der Gnade rasten. Gucken wir was dadurch passiert. Willkommen. Willkommen. From beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers. Offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are Maiden-less. I can play the role of Maiden. So, ich würde sagen, kann man machen, ne? So, ich würde sagen, kann man machen, ne? Okay, ein Ring bekommen. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Er ruft ein Spektralrost namens Sturmwinterwald. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Okay, über dieses Menü könnt ihr die Zahl der Nutzungen in jede eurer Flasche verteilen. Ihr habt ein festgelegten Maximum an Flaschennutzungen. Ihr könnt entscheiden, wie viele dieser Nutzungen für die LP auffüllende Flaschen mit Purpur-Tränen und wie viele für die FP auffüllenden Flaschen mit Himmels-Tränen sind. Mhm. Ja, FP brauche ich noch nicht. Also... Nehmen wir lieber vier von denen. So, Stufenaufstieg. So, Stufenaufstieg. Auf dem Textmenü könnt ihr Runen aufgeben, um eure Attribute zu verbessern. Mit jedem verbesserten Attribute erhöht sich eure Stufe um eins. Mit zunehmender Stufe steigt allerdings auch die Anzahl der Runen, die ihr für eure nächste Attributssteigerung benötigt. Hm, verstehe. So, und was kann ich jetzt erhöhen? LP kann ich erhöhen. Ausdauer auf jeden Fall mal. Stärke. Sagst du mal schon mal 2000 Runen los. Ja, gut. Und ich muss stärker auf 15 kriegen, damit ich das Großschwert benutzen kann. Zauberlernen. Über das Menü Zauberlernen könnt ihr Zaubereien und Anrufungen sammeln. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken, oder ein heiliges Siegel, um Anrufungen zu sprechen. Das Wirken von Zaubereien und Anrufungen verbraucht FP. Eure Speicherplätze legen die Zahl der Zaubereien und Anrufungen fest, die ihr sammeln könnt. Ihr könnt die Zahl eurer Speicherplätze erhöhen, wenn ihr einen Speicherstein erhaltet. Okay, ich hab noch gar nichts. Ähm... Kriegsasche. Mit dem Kriegsasche Menü könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffen neue Talente und Affinitäten zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben. Alle vorherigen Talente gehen hierbei verloren. Okay, das Hinzufügen einer Affinität kann die Angriffsaffinität der Waffe ändern, ihre Attributsskalierung verstärken und vieles mehr. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente und Affinitäten. Einige Waffen können durch Kriegsasche keine neuen Talente oder Affinitäten aufnehmen. Ja, weil sie dann halt besonders sind. Ich könnte ihm jetzt diesen Sturmstampfer hinzufügen. Wertiges Ushigana, ja. So, jetzt hat er das. Okay, bin ich mal gespannt, ja. Zeitvertreibung? Nein. Ich will noch das mit Flaschen. Flaschenaufladungen hinzufügen. Goldene Saat. Goldene Saat. Flasche verstärken. Also goldene Saat brauche ich. Zeitvertreib bis zum Morgen. Okay, benutzt die Spektralrost frei, um euer Spektralrost herbeizurufen und zu reiten. Ihr könnt das Spektralrost nach seinem Tod erneut rufen. Es verbraucht jedoch eine Flasche mit Purportränen. Hoch zu Ross drückt ihr entweder L oder benutzt die Spektralrost-Scheife erneut, um abzusteigen. Im Hauptmenü könnt ihr Beutel 6 Gegenstände in eure Beutel hin ausrüsten. Hier dieser Gegenstände können ohne Öffnen des Hauptmenüs benutzt werden. Nein. Boah, ich bin so doof, Alter. Check, was mit dem Ding anfangen. Ich bin so doof, Alter. Dann vorstelle ich sie mal weg. Schau drauf. Schau drauf. Ach hier war das. Das war's. Das ist mein Ross. Boah, meinst du? Oh meinst du? Okay, cool. Ich wollte gerade sagen, ich habe da einen Reiter gesehen. Oh, das ist ein heftiger Reiter. Junge. Ja, komm, Alter. Okay. Okay. Genau. Egal. Oh, cool. Okay. Esschenleber. Oh, hmm. Oi. Ich habe mich da jetzt gerufen. Bin ich blind? Also, dass die Branche auch ist. Okay. Calm, Alter. Du? Ja, du da! Stopp pretending, dass du mich nicht sehen kannst. Du kannst mich nicht sehen. Er verarscht mich, was darfst du euch? Was ist er denn? Von euch hat den auch noch keiner gesehen, ne? Ja. Das war nicht. Das sitzt so in den Bäumen oder so, keine Ahnung. Das bringt mir ja nichts, wenn ich den nicht sehe. Was soll ich denn da machen? Du? Ja, du da! Stopp pretending, dass du mich nicht sehen kannst. Der verarscht mich, Alter. Ich versuche gerade nur der Stimme zu folgen, aber... Hier ist nichts. Ja? 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 Was haben wir da? Zombies? Oh, hier hakt man drei Stücke. Okay. So, jetzt will ich aber immer noch wissen, was das für eine Kreatur da war. Oh, hier irgendwas auf der Karte? Ja. Ja. Okay. 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 Oh, okay. Oh. Oh. Okay, музы sind da. Keine Ahnung. Das war's. Ich bin hier von Krieger. Zeit für dieses Regen. Ich bin hier von Krieger. 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 Aber besser. Ich trinke nochmal was. Mach mich voll. Ich bin hier von Krieger. Ich bin hier von Krieger. Ich bin hier von Krieger. Was hab ich denn schon auf die Hälfte runter? Ich bin hier von Krieger. Boah, das gab die Punkte. Junge. Bamm. Oh ja, Ruhe. Große Axt. Enten haben wir wieder einen Reiter, den gönnen wir uns wieder. Oh, ich hab mich schon getötet. Boah, ich hab voll die Sachen bekommen, was? Hey Pferd, komm her. Da hinten ist doch voll die Armee. Was ist das? Oh, Alter. Was war das? Der ist gut gestochen. Oh, was kommt denn da alles, ey. Super uncool. Oh, was ist das? 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 Das ist immer direkt. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Na ja, das ist komplett unruhig. Wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus, wo bin ich denn überhaupt? Wie sieht es denn hier aus, wo bin ich denn hier aus, wo bin ich denn hier aus. Wo bin ich denn da? Wo bin ich denn da? Wo bin ich denn da? Okay. Blühstein. Okay. Oh oh. Schön uncool. Was gibt es denn da? Oh, da war noch einer. Geflüte. Okay. Geflüte. Geflüte. Okay. 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 Nein! Ich wollte gerade ausweisen. Jetzt bin ich in der Nähe. Ich habe fast keine Pfeile mehr. Scheiße. Jetzt sind alle wieder da. Ui, was kommt denn hier? Die sind auch wieder alle da. Okay. 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 Wir haben hier eine Höhle gefunden. Ich kann diese Pflanze kaputt machen. Okay. 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 Wir wollen ne Ohne. So, hier runter mal gucken. Oh, fuck. Alter, da kann ich mich gar nicht drehen. Nein, 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 nein. Ich hatte ihn fast. Ich muss das mal probieren mit der Maus. Ich muss das mal probieren. Ich muss das mal probieren. Schöne, mit der Maus kann man direkt mal von der Seite. Ich muss das mal probieren. 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 Jawohl. Klappi. Uh. Oh, Gnadeberührung. Oh, Drasten, das machen wir. Stufenaufstieg. Machen wir auch. So, Stärke. LP. Machen wir auch direkt höher. Oh, Gnadeberührung. Oh, Gnade. Oh, Gnade. Oh, Gnade. Oh, Gnade. Oh, Gnade. Oh, Gnade. Ich habe das gesehen, frischen Stärken, auch nicht. Aber kann man auch nicht lernen. Ich kann sie nicht lernen, es ist für 60. Ok, ich habe wieder 4 Tränke, cool.